Ich bin die Warteangestellte ein bisschen nach, aber es bringt vielbeschützt. Wäre vielleicht die schönste Aufgabe von meinem. Bomi, wenn du so gerne deine Mitmenschen beschützt, dann mach das doch zu deinem Beruf. Ganz einfach, machen Sicherheitsdienst auf. Auf die Gleise lässt sich meine Vorliebe Menschen zu helfen, mit meiner Vorliebe Menschen wie zu gut verbinden. Also, ich könnte meine eigene privaten Polizei-Troppe. Das ist voll ja nicht wahr. Vielen Dank.